So, damit steigen wir ein in die zweite aktuelle Stunde des heutigen Tages. Die ist überschrieben mit Wie kann Dresden bis 2035 zur klimaneutralen Stadt werden? Antragsteller ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Dr. Deppe, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich möchte noch mal mit dieser Grafik beginnen, da ich den Eindruck habe, das ist mein Eindruck aus der vorangegangenen Debatte zu vielen Punkten, dass manchen von Ihnen gerade auf der Seite des Hauses noch nicht klar ist, was das hier bedeutet. Diese Grafik und diese Grafik ist die Evidenz aus eben tausenden von wissenschaftlichen Studien und diese Grafik stammt vom Weltklimarat, die zeigt, was für uns bevorsteht und wie viel Zeit wir noch zum Umsteuern haben. Wir haben noch eine begrenzte Menge an CO2, die wir in die Atmosphäre ausstoßen können, bevor das Klima zum Kippen kommt, eine begrenzte Menge, die wir zur Verfügung haben, wenn wir das 1,5 Grad Ziel zur Erderwärmung einhalten wollen. Und das Wichtige an dieser Grafik ist, dass wir hier uns befinden und wir haben immer noch ansteigende CO2-Emissionen weltweit und stagnierende in Deutschland. Und wenn wir jetzt hier nicht umsteuern, dann wird es immer schwieriger, also wenn wir an den Punkt gelangen, dann muss es so radikal abwärts gehen mit den CO2-Emissionen. Deshalb kommt es darauf an, dass wir jetzt etwas tun. Und das bedeutet, dass wir für dieses Budget, was wir noch zur Verfügung haben, das können wir noch etwa 15, 20 Jahre nutzen. Und dann müssen wir sozusagen auf Null runterkommen. Und das bedeutet, dass wir von jetzt gerechnet praktisch jährliche Reduktionen des CO2-Ausstoßes in Höhe von etwa 6% haben müssen. 6% weltweit, aber eben 6% auch in Deutschland und 6% in Dresden. Und es kann jetzt letztlich nur noch darum gehen, wenn wir das ernst nehmen, wie wir dieses machen wollen. Und da, das habe ich vorhin ja schon ausgeführt, reicht eben das, was wir im integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept stehen haben, eben nicht mehr aus, weil wir eben bisher nicht das erreicht haben, was dieses Konzept einst programmiert hatte. Deshalb müssen wir also jetzt radikaler werden. Und was bedeutet das? Das bedeutet zunächst einmal, dass alles, was wir in der Stadt tun, unter einen Klimavorbehalt gestellt werden muss. Also jede Baumaßnahme, jede Bauleitplanung muss auf ihre Klima-Auswirkungen überprüft werden, bevor wir sie beschließen. Wir müssen das Potenzial für Photovoltaik in unserer Stadt nutzen. Das kommunale Solardächerprogramm, was wir beschlossen haben, das kann nur ein Anfang sein und es muss rasch ausgeweitet werden. Wir können in den Randlagen unserer Stadt Windkraftanlagen bauen, ohne Siedlungs- und Naturschutz zu vernachlässigen. Wir können da eben an die Autobahn gehen, an die A4 gehen, im Dresdner Westen. Da ist das Naturschutz verträglich und siedlungsverträglich möglich. Natürlich, das Kraftwerk Nossener Brücke muss klimaneutral werden. Das heißt, es muss möglich sein, dort eben CO2-neutral erzeugtes Gas einzusetzen. Das ist möglich. Es gibt die sogenannte Power-to-Gas-Technologie, die sich in den nächsten Jahren auch deutlich weiterentwickeln wird. Und damit wird es eben auch möglich sein, energieneutral erzeugtes Gas in das bestehende Kraftwerk einzuspeisen. Wir müssen bei unserer Bautätigkeit mehr tun. Kommunale Neubauten müssen CO2-neutral errichtet werden. Und auch für die Genehmigung privater Bauvorhaben müssen wir stärkere Auflagen stellen, damit sie eben auch CO2-neutral errichtet werden können. Die energetische Sanierung von Bestandsbauten muss vorangetrieben werden. Wir brauchen einen Wärmeplan für Dresden, der die Wärmeversorgung der Stadt langfristig weitgehend CO2-neutral gestaltet. Wir brauchen eine Verkehrswende. Das Auto darf nicht der Hauptverkehrsträger sein. Bis 2030 muss der öffentliche Personennahverkehr mindestens 30 Prozent des Verkehrs bewältigen, ähnlich wie das der Radverkehr bis dahin muss. Rad- und Fußwege müssen zügig, ausgebaut und sicherer werden. Meine Fraktion wird in den nächsten Wochen zu all dem ein ambitioniertes Programm vorliegen, das wir mit der Stadtgesellschaft breit diskutieren wollen. Und da ist dann auch die Junge Union eingeladen. Und das unsere Arbeit als stärkste Stadtratsfraktion in den nächsten fünf Jahren prägen wird. Und lieber Herr Oberbürgermeister Hilbert, auch noch ein Wort an Sie. Wir denken, dass auch Sie gefordert sind. Sie haben viele prestigeträchtige Projekte auf der Agenda. Kulturhauptstadt 2025, Robotron, Kantine, Fernsehturm. Das alles kostet viel Geld. Wo bleibt da aber die überlebensnotwendige Aufgabe des Klimaschutzes? Ohne Klimaschutz, das kann man nur betonen, ist alles andere nichts. Herr Hilbert, setzen Sie sich an die Spitze der Bewegung. Sorgen Sie für ein energisches Umsteuern in der Verwaltung und bei der Drehwag. Werden Sie unser Klima-Oberbürgermeister. Die Dresdnerinnen und Dresdner werden es Ihnen danken. Vielen Dank. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die FDP-Fraktion, Herr Professor Gebel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema haben wir nun heute ausführlich schon diskutiert. Ich werde trotzdem jetzt noch einiges kurz dazu sagen, weil zunächst, wenn man das Ganze liest, klimaneutral. Das Wort klimaneutral hat für mich denselben Klang wie alternativlos. Und damit kann ich nichts anfangen. Ich kann, wenn man sagt, man redet über CO2-neutral, aber klimaneutral ist ein Wort, wo man sich erstmal überlegen muss, was will man eigentlich damit ausdrücken. Sie haben es ja relativ allgemein gehalten. Ich meine, das ist das Thema generell bei einer aktuellen Stunde. Und ich habe mir so ein paar Punkte rausgenommen, was für uns, denke ich mal, in Dresden wichtig ist. Es wurde das Thema Verkehr angesprochen. Da ist ja der große Wunsch, dass Sie möglichst alle Fahrzeuge auf Elektroautos umstellen oder das Kfz komplett raus. Was komplett vergessen wird meistens, dass in solchen Elektroautos durch den Aufbau der Batterie alleine schon mal fast bis zu 70.000 Kilometer erstmal brauchen, ehe sie überhaupt dann einen Benefit für den CO2-Ausstoß erzielen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir würden alles auf Elektroautos umstellen, hätten wir die nächste Zeit erstmal einen höheren CO2-Ausstoß. Da wäre der nur nicht in Dresden, sondern da wäre irgendwo anders, wo halt die Autos gebaut werden. Also insofern muss man das auch insgesamt immer sehen. Ein weiteres Thema, was Sie auch angesprochen hatten, nachhaltige Ressourcennutzung, Energie. Beispielsweise kann ich mir eins vorstellen, und das, denke ich mal, ist auch das, Sie machen den Bürgern Angst wegen der Klimakatastrophe, aber ich sehe eine ganz andere Sache, wo den Bürgern Angst werden sollte. Viele Bürger, ich selber auch, haben vor einigen Jahren in CO2-neutrale Brennstoffe investiert. Ich habe zu Hause bei mir eine Holzheizung, ich kann mit Holz zuheizen. Da bin ich mir relativ sicher, dass das in einigen Jahren wahrscheinlich nicht mehr so ohne weiteres gehen wird, weil dann kriege ich wahrscheinlich irgendwann auf den Deckel ein wegen Feinstaub. Wobei ich vorbildlich eigentlich agiere, weil ich CO2-neutrales Heizmittel einsetze. Und das sind Dinge, ich glaube, das bewegt die Bürger auch. Was kann man dort tun, wie kann man auch nachhaltig sein? Und ich denke, insofern jetzt dieser Aktionismus, der ja teilweise vorherrscht, der sollte eigentlich den Bürgern auch Angst machen. Deswegen haben wir ja vorhin auch dem Antrag der Bürgerfraktion zugestimmt, wir müssen wirklich diese Chancen und Risiken dieses Energiewandels und damit einhergehenden Effekte, das muss untersucht werden, weil das sind genau die Punkte, das ist das, was die Bürger interessiert. Kann ich in einigen Jahren noch meine Holzheizung betreiben? Kann ich in einigen Jahren überhaupt noch, wenn jetzt jemand neu baut, vielleicht einen Kamin, macht das überhaupt noch Sinn, den einzubauen? Oder darf ich den vielleicht dann gar nicht mehr anzünden? Und nochmal zum Herrn Dr. Deppe. Sie haben es vorhin selber in einem Satz in der vorhergehenden Rede gesagt, da haben Sie gesagt, na die jungen Leute haben ja kein Vertrauen mehr an uns, deswegen sind sie nicht da. Herr Dr. Deppe, die Leute, die heute hier sein müssten, das müssten Ihre Jungen aus der Nachfolgerorganisation der Grünen sein. Die Leute, die bei Freight for Future auf die Straße gehen, die sich für die Themen interessieren. Wo sind sie denn? Ich sehe jetzt hier oben wenige, wahrscheinlich, weil heute kein Freitag ist und ich weiß es nicht. Und das ist eigentlich schade. Sie wollen die Leute dafür begeistern, für ihre Ideen. Sie haben vorhin mehrfach angesprochen, die jungen Leute interessiert das, aber es ist keiner da. Und nochmal andere Themen, was mich interessiert in der Stadt. Und das sind Themen, die haben wir auch als FDP häufig angesprochen. Ich erinnere an das Thema Kulturkraftwerk. Es wurde damals gebaut und da wurde gesagt, okay, der alte Standort wird aufgegeben. Was ist passiert? Am alten Standort haben wir heute die Lager für die Kulissen. Und wir fahren heute noch regelmäßig, wir haben es damals in der Anfrage auch nachgefragt, wir fahren heute regelmäßig mit LKWs durch die Stadt und fahren die Kulissen und andere Gegenstände für die Aufführung an den alten Standort. Das haben Sie verursacht, das ist Ihre Politik. Und dann reden Sie jetzt über Effekte, wie wir das Ganze klimaneutral machen können. Wir hätten es damals mit klären können. Und das sind genau die Punkte, die damals schon auch falsch gemacht worden sind. Im Endeffekt, und das ist das, was ich auch nochmal einigen der Vorredner vorhin nochmal nachfolgen möchte, Sie erzählen hier, wir müssen jetzt ganz schnell handeln, es muss alles ganz schnell gehen. Sie hatten fünf Jahre Zeit zu handeln, hätten Sie es doch mal getan. Dankeschön. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Gilke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, wir haben jetzt zum x-ten Mal dieses Thema und ich mache es kurz. Es ist alles schon gesagt. Vielen Dank. Als nächstes die Bürgerfraktion, Herr Dr. Bösel oder Herr Blümel. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe diese Aktuelle Stunde tatsächlich ernst genommen und zum Anlass genommen, mich etwas tiefgründiger mit dem Thema zu befassen und auch zu versuchen zu verstehen, woher diese aus meiner Sicht irrationale Angst kommt. Es wird häufig in der Debatte vieles durcheinander geschmissen und ich habe deswegen nochmal extra beim Bundesumweltamt nachgeguckt. Klima ist der mittlere Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder an einem bestimmten Gebiet über einen längeren Zeitraum. Häufig hört man im Zusammenhang mit der Klimadebatte Äußerungen übers Wetter. Da sagt das Umweltbundesamt ganz klar, wenn drei Jahre lang ein warmer Sommer ist oder fünf Jahre ein kalter, dann hat das mit dem Klimawandel nichts zu tun. Das ist dann der Fall, wenn das über einen längeren Zeitraum stattfindet. Deswegen vielleicht auch ein Hinweis an die Kollegen von den Medien, mal etwas genauer und etwas präziser berichten und nicht, wenn mal irgendwo ein heißer Sommertag ist, gleich wieder von den dramatischen Folgen des Klimawandels reden. Der Oberwetterguru der ARD, Sven Plöger, sagt, und das halte ich für richtig, Extrempositionen und inhaltliche Verwechslungen sind das Problem in den derzeitigen Klimadiskussionen. Kann ich ihm nur recht geben. Hier sehen wir eine dramatische Position, die da nämlich lautet, ich will, dass ihr in Panik geratet, ich will, dass ihr Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. Das ist genau das, was Sie hier beschreiben. Man muss Angst haben. Dazu hat Sven Plöger auch eine Meinung. Es ist niemandem geholfen, wenn man in Angst oder Panik, Hysterie gerät. Das ist immer und an jeder Stelle falsch. Zentrale Thesen zum Klimawandel lauten, die Welt wird wärmer, wir sind schuld daran, wir sind uns sicher und wir können was dagegen tun. Ich habe das verkürzt, das ist von der Seite National Geographic. Das sind noch zwei weitere oder drei weitere. Ich will mich auf diese hier konzentrieren. Heute, vor 45 Jahren, im Spiegel ein großer Artikel zum Thema Wetter und Klima und die Quintessenz ist, damals war man sich sicher, eine neue Eiszeit steht bevor. Das war Erkenntnis der Wissenschaft. Worin war man sich aber 1974 auch einig? Das Wetter und das Klima sind Faktoren, die durch viele Dinge beeinflusst werden. Zum Beispiel Schwankungen der Sonnenaktivität, Unregelmäßigkeiten in der Umlaufbahn der Erde um die Sonne, Schlingerbewegung der Erdachse, kosmische Strahlung, Veränderung im Magnetfeld der Erde. Auch Kohlendioxid wurde damals bereits diskutiert und Staub- und Abwehrmausindustrie. Was haben wir heute? Wir haben heute eine öffentliche Diskussion, in der ausschließlich noch vom Kohlendioxid die Rede ist und damit von Menschen, die die Ursache für einen Klimawandel seien. Angeblich sind sich die Klimaforscher zu 97 Prozent einig, aber worüber sie sich einig sind, darüber wird eigentlich selten gesprochen. Sie sind sich nämlich gar nicht einig. Wenn man mal die Berichte des IPCC liest, diese 5000 Leute sind sich gar nicht einig. Das war auch in der Grafik von Herrn Dr. Deppe zu sehen. Sie sind sich nicht mal darüber einig, wie viel CO2 noch emittiert werden kann. Zwischen 150 und 1050 Gigatonnen liegt der Faktor 7. Das ist doch nicht einig. Sie sind sich vor allem bei dem allerwichtigsten Maß, dem sogenannten Heiligen Graal der Klimawissenschaft, überhaupt nicht einig. Es gibt ein Maß, wenn man theoretisch den CO2-Gehalt in der Atmosphäre verdoppeln würde, um wie viel wärmer wird es. Diese Zahl, das stammt von der Webseite heute des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg, liegt nach wie vor zwischen 1,5 und 4,5 Grad. Das heißt, hier sagt man, das ist die gleiche Unsicherheit, wie wir sie in den 70er Jahren hatten. Wir können es heute nicht genauer bestimmen. Und nur wenn wir die Zahl kennen, dann können wir auch verlässliche Prognosen machen. Jetzt zu der Frage, stehen wir unmittelbar vor einer Katastrophe, ein Interview aus dem Herbst 2018 mit dem Direktor an diesem Max-Planck-Institut. Das Spiegel fragt, gibt es Schwellenwerte, oberhalb derer irreversible Prozesse einsetzen, sprich, wo die Katastrophe kommt und wir können nichts mehr tun. Er sagt, wir können das nicht ausschließen, aber Belege dafür sind bisher eher schwach. Am ehesten könnte es dazu führen, dass der Eispanzer in Grönland abschmilzt. Aber wenn, dann dauert das 3.000 Jahre und alle anderen Kipppunkte wie Versiegen des Golfstroms oder das Abschmelzen der Westantarktis sind eher unwahrscheinlich. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, CO2 spielt eine Rolle, aber es gibt andere Faktoren und die untersuchen das auch seit vielen Jahren. Henrik Svensmark, Leiter der Sonnenforschung an der Technischen Universität in Kopenhagen, sagt, nach meinen Forschungsergebnissen wird das Klima der Erde massiv durch die Sonne beeinflusst, viel stärker als durch den Eintrag von CO2. Ein anderer Wissenschaftler, ein britischer Teilchenphysiker, der am CERN arbeitet und dort Experimente zu diesem Thema macht, hat einen Aufsatz veröffentlicht 2008, in dem er nachweist, dass es klare Korrelationen gibt zwischen der Entwicklung der Temperaturen und der Sonnenaktivität. Die Frage ist, was ist richtig und falsch? Das fragt man sich als normaler, einfacher Mensch. Es gibt einen Professor von der Helmut-Schmidt-Uni in Hamburg, der hat es so formuliert. Wissenschaftlich anerkannte Vorstellungen mussten schon mehrfach nachträglich korrigiert werden, weil sie sich allzu sehr am Glauben und nicht an den Fakten orientierten. Denken wir an Darwin, denken wir an Wegners Kontinentalverschiebung. Was wir als Wahrheit bezeichnen, hängt maßgeblich von unserem Erkenntnisstand ab. Deswegen ist es auch in der Klimawissenschaft, die sich heute mehr zu einer Ideologie und Weltanschauung als einer seriösen Wissenschaft entwickelt hat, eine grundlegende Überprüfung der Hypothesen und eine Abkehr von mittlerweile breit etablierten Klimaindustrie angesagt. Wissenschaft darf sich nicht mit Kommerz, von Politik oder Ideologie irreleiten lassen. Es ist die genuine Aufgabe von Universitäten und staatlich geförderten Forschungseinrichtungen, gerade widersprüchlichen Themen nachzugehen und hierfür eine unabhängige, freie Forschung sicherzustellen, die uns ehrliche Antworten gibt, auch wenn diese Antworten oftmals komplex und nicht unserem gewünschten politischen Vorstellungen entsprechen. Das ist das, was ich aus dieser Diskussion mitnehme. Wir sollten nicht in diese Hysterie und Panikmacherei verfallen. Wir sollten, so wie es Dr. Gebel sagt, versuchen, die Probleme, die es tatsächlich gibt, es gibt eine Erwärmung, diese sollten wir versuchen mit vernünftigen Methoden anzugehen. Und dann werden wir, glaube ich, auch in 30 Jahren entspannt darüber reden können, wie es auf dieser Erde weitergeht. Vielen Dank. Wir setzen fort mit der CDU-Fraktion. Herr Dr. Reuter. Hier ist noch etwas zu vergeben. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauer weltweit am Stream. Der Antrag, der uns hier vorliegt, auf die Aktuelle Stunde, ich persönlich halte ihn für eine Unverschämtheit. Er raubt uns nämlich Lebenszeit, die man sinnvoller nutzen könnte, zum Beispiel, um das Klima zu retten. Frau Frohwieser hat vorhin richtig festgestellt, dass zu einer Aktuellen Stunde auch gehört, dass man in den Antrag reinschreibt, worüber man eigentlich reden will. Schwerpunkte? Fehlanzeige. Nichts. Ich habe mich, wo ich das gelesen habe, soll es nun eine Bilanz sein oder ein Ausblick? Bilanz wahrscheinlich nicht, denn die Bilanz ist denkbar schlecht. Von den Einreichern gab es bisher zumindest keine mehrheitsfähigen neuen Ansätze. Wesentliche Beschlüsse wie zur Elektromobilität oder zum Schutz der Bienen kamen nicht von Ihnen, sondern von uns. Von Ihnen kamen Klimaschutzziele der Stadt erfüllen, Nutzung von Solarenergie beim städtischen Hochbau. Oder aktuelle Stunde zum Thema Starkregen, Hitze und so weiter. Oder beim im Haushalt Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Landeshauptstadt stärken. Das war alles. Das integrale Energie- und Klimaschutzkonzept vom Frühjahr 2013 hat der vorherige Stadtrat bereits beschlossen. Und zwar war damals Bürgermeister Hilbert noch dafür zuständig. Nicht, ihre heutige Umweltbürgermeisterin. Das ist ein sehr gutes Konzept gewesen, was meines Erachtens auch einstimmig beschlossen worden ist. Damals, es muss nur fortgeschrieben werden. Es beinhaltet eine Analyse bis 2030. Die Ziele werden vermutlich nicht erreicht, weil allerdings auch die beschriebenen Potenziale bisher nicht ausgenutzt werden. Ich darf da zum Beispiel erinnern aus Wärme, aus Abwasser. Und zur gestellten Frage in Ihrer Überschrift. Eine Großstadt wie Dresden kann niemals allein das Haus ohne Umland oder Interaktion mit der Außenwelt klimaneutral überleben. Nimmt man nämlich den Begriff ernst, ohne irgendwelche Rechnereien durchzuführen, müsste man Folgendes machen. Stellen Sie den Verkehr ein, jeglichen Verkehr. Heizen Sie nur noch mit Brennstoffen aus eigenem nachhaltigen Anbau. Essen Sie nur noch Speisen aus eigenem Anbau oder eigener Tierhaltung. Benutzen Sie keinerlei Werkzeuge oder Ähnliches aus Werkstoffen, die nicht in der Stadt geworden wurden. Und schließlich bauen Sie eine Mauer um die Stadt und schließen Sie die Grenzen. Zurück zur Urgesellschaft, meine Damen und Herren. Ich vermute, ein solches Szenario wollen Sie nicht. Die Bundesrepublik strebt Klimaneutralität bis 2050 an. Insofern sind eigene Wege und das Umland kaum möglich. Allerdings steht auch dieses Ziel unter dem Vorbehalt der Entwicklung leistungsfähiger und umweltfreundlicher Speichersteller. Technologien für Strom und die Erreichung dieses Ziels ist noch nicht abzusehen. Ich möchte ein paar Zahlen zur Stromerzeugung nennen. Am 15.01.2019 mittags Windstrom 50 Prozent Anteil an der Erzeugung, Kohle und Kernenergie 40 Prozent. Am 20.01.20 Wind 0 Prozent, Solar 15 Prozent, Kohle und Atom 70 Prozent. Vor ein paar Tagen, 21.06. Mittags Wind, Solar 40, Kohle und Atom 30 Prozent. 20 Prozent, nachts Wind 5 Prozent, Kohle und Atom 60 Prozent. Das sind übrigens Zahlen von der Bundesnetzagentur, die jeder im Netz finden kann. Bevor man also etwas abschaltet, sollte man sich erst einmal darüber Gedanken machen, wo und wie man den Ausgleich finden kann. Das Problem der Speicherung ist nach wie vor nicht gelöst. Selbst der hochgelobte und geförderte Speicher im Reich mit 2,7 Megawattstunden könnte maximal den Jahresverbrauch eines mittleren Dresdner Haushalts speichern. Für das Dresdner GUD-Kraftwerk ist eine Umstellung von Erdgas auf Biogas zu meinen Mangels Verfügbarkeit kaum möglich und wäre aber auch nur ein Etikettenschwindel. Denn das Gas kommt aus der Verbundleitung, in die sowohl Erdgas als auch Biogas eingespeist werden. Und im Übrigen ist das Biogas mehr als dreimal so teuer wie Erdgas, würde zurzeit schlappe 225 Millionen Euro mehr pro Jahr ausmachen, die der Kunde zu tragen hätte, der dann allerdings von der Drehwag abwandern würde. Der Ausbau der Windenergie, wie Sie es, Herr Dr. Deppe, vorhin angesprochen haben, ist kaum möglich, auch in Deutschland, kaum noch nennenswert möglich, insbesondere aus politischen Gründen. Nehmen Sie die Zahlen zu erkennen, es gibt zurzeit 30.500 Wildkraftanlagen in Dresden. Die Fläche der Bundesrepublik Deutschland beträgt 360.000 Quadratkilometern. Das bedeutet alle 12 Quadratkilometer jetzt schon ein Rad, also durchschnittlich alle 3,5 Kilometer. Und in den nächsten Jahren kommen auf Dresden weitere Probleme zu, die die CO2-Emissionen noch erhöhen werden. Zukünftig müssen nämlich ca. 70.000 Tonnen Hausmüll entsorgt werden, wahrscheinlich durch Verbrennung, ebenso der Klärschlamm aus 50 Millionen Kubikmeter Wasser. Das muss zwar nicht in Dresden erfolgen, wäre aber Dresden zuzurechnen. Wir brauchen also neue innovativische Lösungen, die wir heute aber noch nicht kennen. Und über alte Hass ist demnach auch nicht angebracht. Zum Abschluss noch ein Hinweis an den Einreicher der aktuellen Stunde. Solange sich ein Ministerpräsident mit Ihrem Parteitag mit dem Hubschrauber zum Wandern fliegen lässt, kann ich Ihre Klimapolitik nicht wirklich ernst nehmen. Dankeschön. Wir kommen zur nächsten Fraktion, Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Ich habe hier noch etwas anzubieten. Kuli, der Zettel liegt auch noch hier. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Menschen auf der Empore und natürlich auch zu Hause am Livestream. Auch wenn Sie ja vielleicht erst später unsere Stadtratssitzung verfolgen können. Herr Dr. Reuter, wo sitzt er denn? Also, Herr Dr. Reuter, zu Ihrem genialen Beispiel, was man so alles machen könnte mit der Mauer. Sie haben die Kuppel über der Stadt noch vergessen. Würde ich dann nochmal drüber nachdenken. Zum Thema. Laut Klimaschutzbericht der Bundesregierung wird das selbstgesteckte Ziel 2020, 40 Prozent weniger Treibhausgase als 1990 zu erzeugen, mit circa 32 Prozent, durchaus deutlich verfehlt. Dresden trägt hier eine Mitverantwortung. Ach ja, und was ich noch Herrn Blümel sagen wollte, auch so ein Fakt, Sie haben ja viele Fakten genannt, alles richtig oder nicht, sehen gerade gar nicht. Schade, ich würde es ihm trotzdem sagen wollen, wenn die Wissenschaftler sich nicht einig sind, ob es 1,5 oder bis zu 4,5 Erwärmung ist, dann ist es trotzdem Erwärmung. Und 1,5 stetige Erwärmung bleibt dann trotzdem stehen, als Minimum. Nun hat Dresden seit 2013 ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept. In diesem Konzept haben wir uns als Landeshauptstadt verpflichtet, die spezifischen Treibhausgase aller fünf Jahre um mindestens 10 Prozent zu reduzieren. Und, so kann man im Konzept auch nachlesen, etwa 70 Prozent dieser Emissionen sind unmittelbar durch kommunale Akteure beeinflussbar. Also so viel immer nur Appelle an die Bevölkerung, die müssen wir auch gar nicht machen, wir können erst mal bei uns anfangen. Zu diesem Ziel, die Reduzierung aller fünf Jahre um mindestens 10 Prozent, zu diesem Ziel hat sich die Landeshauptstadt im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im Klimabündnis und im Konvent der Bürgermeister Klima und Energie verpflichtet. Aber der Herr Dr. Deppe hat schon darauf hingewiesen, wir haben ein gutes Klimaschutzkonzept, ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept, aber die Zwischenbilanz sieht alarmierend aus. Die Maßnahmen, die im Konzept stehen, erzielen nicht die gewünschte Wirkung oder wurden gar nicht erst in Angriff genommen. Es besteht also dringend Handlungsbedarf und das ämterübergreifend. Noch von 2010 bis 2014 sind die CO2-Emissionen in Dresden um 5 Prozent gestiegen. Wir wollen aber in diesem so einem Zeitraum um 10 Prozent senken. Ein Grund dafür sind die nicht ausreichend umgesetzten Maßnahmen und ich erwähne hier auch, dass im Haushalt 2017 gerade mal 250.000 Euro Gelder für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen eingestellt werden. Es fehlen immer noch folgende Maßnahmen, ich lese mal einige vor. Ein Monitoringprogramm für die Umsetzung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes. Die Frage der Nutzung regenerativer Energien für den ÖPNV. Bisher ist ein Elektrobus im Einsatz und 17. mit Hybridtechnologie. Das ist alles teuer, man muss aber hier abwägen, was ist wichtiger? Umwelt oder, also Wirtschaftlichkeit oder Nachhaltigkeit? Ich bin für Zweiteres. Es fehlen emissionsärmere Taxis sowie emissionsärmerer Tourismus- und Lieferverkehr. Es gibt noch Nachholbedarf bei der konsequenten Nutzung von Solarthermie und Bioenergie. Entgegen des Konzeptes wirkt die Landeshauptstadt Dresden nicht am Energiekonzept für die Planungsregion Oberes Elbtal-Osterzgebirge mit. Stadt und Regionen kooperieren zu wenig miteinander. Und der Mietspiegel sollte um ökologische und energetische Kriterien erweitert werden. Und weiter, es gibt bisher kein nachhaltiges Energiekonzept für den Wissenschaftsstandort Ost. Aber es gibt durchaus kreative Lösungen. Jetzt muss ich hier erst kurz... Der Vorgänger nicht zugemacht. Deshalb brauche ich jetzt ein bisschen Zeit. Ich möchte Ihnen mal zwei aus meiner Sicht durchaus kreative Lösungen zeigen. Das ist ein Beispiel aus der Lüderstadt Wittenberg, wo als Begrünung in der Stadt waagerecht wachsende Bäume von einem Motor angetrieben, angepflanzt werden. Begrünung von Flächen. Grün am Bau. Ach, ich muss ja... Ja, ja, okay. Und ich wollte Ihnen noch ein zweites Beispiel aus Lausanne zeigen, was ich auch sehr interessant fand. Und zwar eine Möglichkeit, wie man Hochhäuser gestalten kann. Also kreative Lösungen sind gesagt. Das heißt, es gibt von mir aus hier einen Auftrag an die Verwaltung. Im Rahmen des ausstehenden Monitorings des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes sind alle Möglichkeiten zu prüfen und einer Umsetzung zuzuführen, die im Rahmen des beschlossenen Haushaltes und das ämterübergreifend für mehr Stadtgrün sorgen und zur Verringerung des CO2-Ausstoßes und der SOX-Belastung führen. Und meine Fraktion sagt, es ist zutiefst eine soziale Frage, das Leben in einer gesunden Stadt zu ermöglichen, die sich auf den Klimawandel einstellt und alles tut, um von Menschen verursachte Luftverschmutzungen und Überwärmungen zurückzudrängen. Dankeschön. Und damit kämen wir zum Ende der Fraktionsrunde mit der SPD-Fraktion. Und da ist Rederecht abgetreten für Herrn Dr. Markus Eggermann vom IÖR. Und ich darf Sie bitten, auch sich an die fünf Minuten zu halten. Ja, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Markus Eggermann. Ich bin seit über 20 Jahren Dresdner mit drei schulpflichtigen Kindern und schon deshalb an der Zukunft der Stadt interessiert. Ich arbeite am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung hier in Dresden und beschäftige mich da seit 15 Jahren mit der Frage, wie wir Städte und Regionen zukunftsfähig machen. Ich möchte aus diesen Erfahrungen in unserer eigenen Forschung ein paar Punkte mit Ihnen teilen, ein paar grundlegende Punkte, die wir meinen gut vertreten zu können und ein paar konkrete Ansatzpunkte liefern zu diesem Antrag. Erster Punkt würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch und gut, dass dieses Thema hier debattiert wird. Sie befinden sich in bester Gesellschaft mit Städten weltweit, an deren Spitze Kopenhagen steht, die 2009 Klimaneutralität als Ziel ausgegeben haben. Und nach allem, was wir bisher beobachten können, das bis 2025 auch schaffen werden. Den Kopenhagenern geht es einigermaßen gut dabei, wir haben zumindest nichts Gegenteiliges gehört. Zweite Botschaft, die ich gerne senden will, der Wandel zur klimaneutralen Stadt wird in diesem Jahrhundert sowieso passieren, ob wir das wollen oder nicht und beschließen oder nicht. Wenn Sie sich anschauen, wie die weltweite Nachfrage nach fossilen Energieträgern zunimmt und wenn Sie die Reserven sich ansehen, dann wird es mit massiven Preissteigerungen hergehen und irgendwann werden wir darauf eh verzichten müssen. Jetzt ist die Frage, ob wir da wegschauen und uns das passiv sozusagen über uns ergehen lassen oder ob wir versuchen, diese Chancen, die sich damit bieten, auch aktiv zu nutzen, zu antizipieren, die Wandlungsprozesse, die im Verkehrssektor, im Energiesektor, im Ernährungssektor, bei der Digitalisierung gerade stattfinden, aktiv zu nutzen, die Gesellschaft klimaneutral umzubauen. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Klimaneutralität ist keine reine umweltpolitische Maßnahme, das ist für mich eine gesellschaftspolitische Aufgabe, weil damit auch ökonomische und soziale Chancen verbunden sind, ganz unmittelbar. Eine klimaneutrale Stadt wäre unabhängig von fossilen Energieträgern, sie wäre unabhängig von Importen aus Ländern mit nichtdemokratischen Strukturen, unabhängig von Schwankungen, von geopolitischen Krisen weltweit und damit für den Wirtschaftsstandort Dresden von enormer Bedeutung, wenn sie das schaffen. Wir waren unabhängig von Preissteigerungen auf dem globalen fossilen Energiemarkt, was eine wichtige soziale Frage ist bei der Frage, wie viel kostet Energie in Zukunft? Eine klimaneutrale Stadt würde viel stärker in den regionalen Wirtschaftskreis laufen, funktionieren, denken, beim Konsum, beim Recycling, bei vielen anderen Dingen. Auch damit sind wieder Wertschöpfungsfragen, ökonomische Fragen verbunden, mit der Stadt und dem Umlanden, auch wieder soziale Fragen, weil da Jobs dranhängen. Diese Chancen werden wir ergreifen müssen, weil der Wandel ohnehin bevorsteht. Umso später wir damit anfangen, uns damit zu beschäftigen, desto stärker werden andere davon profitieren und wir nicht. Klimaneutrale Stadt geht nur unter klimaneutralen Regionen. Das wurde vorhin schon angedeutet, allerdings teile ich nicht die Konsequenzen daraus. Sie müssen, wenn Sie den Verkehrs-, Energie- und Ernährungssektor nehmen, natürlich mit dem Umland, mit den Umlandgemeinden und mit den Landkreisen zusammenarbeiten und da strategische Partnerschaften aufbauen, um das zu realisieren. Alleine als Stadt werden wir das nicht schaffen. Sofern Sie, und das hat die Debatte gezeigt, der Idee anhängen, dass wir diesen Wandel zur Klimaneutralität allein durch technologische Lösungen und deutsche Ingenieurskunst schaffen, dann glaube ich, müssen wir uns davon verabschieden. Die Debatte zwischen Diesel und Elektroenergie hat das wunderbar gezeigt. Man kann die ewig führen und sich bekriegen und nichts tun. Man kann aber auch auf die Idee kommen, dass es grundsätzlich keine besonders clevere Idee ist, einen einzelnen Menschen mit zwei Tonnen Blech durch die Stadt zu bewegen, egal welche Antriebsart der dahinter steckt. Und dann müssen Sie grundlegendere Fragen stellen als die Antriebsfragen. Was ich damit auch sagen will, es geht vor allen Dingen um unsere Lebens- und Wirtschaftsweisen. Es ist ein Irrglaube, dass wir unsere Lebens- und Wirtschaftsweisen, so wie wir sie jetzt haben, die vielfach angesprochen wurden, weiterführen können und die negativen Folgen durch Technik bewältigen können. Das wissen wir aus vielen Bereichen. Das wird nicht funktionieren, wir verlagern das nur und schaffen uns jede Menge neue Probleme. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Sie werden viele Dinge beeinflussen können als Stadtrat, aber Sie müssen natürlich das mit den Bürgerinnen und durch die Bürger in Dresden gemeinsam machen, sonst schaffen Sie das nicht. Schaffen Sie die Rahmenbedingungen, dass die Bürger auch selbst kreativ werden können in den Bereichen, wo Sie selber das auch am leichtesten tun können. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, in welchem Themenbereich das ist. Fangen Sie daran, wo Sie als Kommunalpolitik die größten Handlungsmöglichkeiten haben, bei Ihren eigenen Unternehmen, Trevac, DVB, Enso, andere Dinge. Fangen Sie bei der Stadtverwaltung und Stadtpolitik selber an. Das ist glaubwürdig. Die Stadt Brighton in England hat das gemacht, zu ihrem Energie- und Klimaschutzkonzept. Jeweils zu jedem Maßnahmenblock ein Maßnahmenblock gemacht, wie die eigene Verwaltung und der Stadtrat das ebenfalls bedient. Da werden Sie ernst genommen und Sie erleben auch im eigenen Leibe, wo es einfach ist und wo es nicht so einfach ist. Abschließend vier Ansatzpunkte, wo ich glaube, wo Sie direkt anfangen können. Der erste Punkt wäre aus meiner Sicht, Divestment kam jetzt schon als Stichwort. Schauen Sie, wo Sie als Stadt und als städtische Unternehmen Ihr Geld investiert haben. Ziehen Sie es aus Erdölintensiven oder aus fossilen Rohstoffenergien-Trägern zurück. Investieren Sie das woanders. Das tut gar nicht weh. Es kostet Sie nicht mal was. Sie müssen ein bisschen Arbeit investieren. Und investieren Sie das in Bereiche, wo Sie CO2 einsparen können. Thema Verkehr als zweiter Punkt von vier. Ja, das kann ich ganz kurz machen. Kehren Sie nicht zur Verkehrspolitik des letzten Jahrhunderts zurück. Die Debatte ist heute weit geführt worden. Stärken Sie den Umweltverbund. Stärken Sie die Bereiche, die ohnehin als Trend sich abzeichnen, die wir gerade sehen. Nutzen Sie die Flächen, die Sie gewinnen, wenn wir nicht mehr eine automobile dominierte Stadt haben, für das, was die Stadt auch noch dringend braucht, nämlich Wohnraum, Grünflächen und andere Dinge. Energie, ja, dekarbonisieren Sie Treberg und Enso. Hier haben Sie einen großen Einfluss. Das können Sie nicht von heute auf morgen machen. Das ist doch klar, da ist Infrastruktur dahinter. Machen Sie das in den nächsten 15 Jahren, aber beginnen Sie damit, stückweise diese Unternehmen, wo Sie sehr viel Einfluss haben, zu dekarbonisieren. Letzter Punkt, eine Einladung. Auch die Wissenschaft muss sich aus meiner Sicht maßgeblich ändern. Auch wir haben in den letzten Jahren genauso dazu beigetragen, dass wir noch nicht da sind, wo wir eigentlich sein wollen. Das ÜER mit dem neuen Direktor seit dieser Woche ist sehr daran interessiert, nicht aus dem Elfenbeinturm, was wir sowieso schon lange nicht mehr machen, zu belehren und Analysen zu machen, sondern gemeinsam mit Verwaltung, mit Politik, wir machen hier Zukunftsstadtprojekte, zu erproben, wie wir unsere Stadt zukunftsfähig gestalten können. Weil das ist auch klar, weder Sie noch wir wissen, wie wir die nächsten 15 Jahre, wenn wir so einen Antrag ernst meinen, tatsächlich da hinkommen. Aber wir müssen anfangen, das zu erproben und gemeinsam zu lernen. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Vielen Dank. Soweit die Praktionsrunde und zum Abschluss der aktuellen Stunde Frau Bürgermeisterin Jenichen für die Verwaltung. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, es ist gut und wichtig, dass Sie über Klimaschutz diskutieren. In der Umfrage, in der repräsentativen Umfrage, die die Stadtverwaltung 2017 zum Klimawandel in ihrem Auftrag angefertigt hat, Sie können das nachlesen unter dresden.de slash Klimawandel, haben zwei Drittel der Bürger den Klimawandel bejaht. Über 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger fühlen sich persönlich betroffen vom Klimawandel, 2017 gefragt. Und über 60 Prozent sind bereit, dafür selber in ihrem Verhalten etwas zu tun. Wenn Sie tiefer in die Umfrage reinsehen, wir haben ja bewusst in verschiedenen Stadtteilen noch mal genauer nachgefragt, in Plattenbausiedlungen, in Stadtteilen, in denen Menschen leben, die sich ein eigenes Hausgrundstück leisten können, sehen Sie, dass bei uns von den Folgen von Überwärmung gerade einkommensschwache betroffen sind, die eben in großen Mietwohnungen, in Plattenbausiedlungen wohnen. Aber global sieht die Situation natürlich ganz anders aus. Denken Sie an die Brände, an die Versteppung und Versalzung früher fruchtbarer Böden in Afrika und im Nahen Osten und die Folgen dessen. Der Klimawandel hat begonnen und wir werden uns anstrengen müssen, um den fahrenden Zug zu bremsen. Je später wir damit anfangen, umso größer werden auch die Folgekosten des Klimawandels. Klimaschutz und Ressourcenschutz muss man gewiss verbinden. Da gebe ich einigen Vorrednern recht. Und genau, weil wir das ja schon lange gesehen haben, hier im Dresdner Stadtrat, ist die Stadt auf Beschluss des Stadtrates bereits 1994 Mitglied im Internationalen Klimabündnis geworden und hat sich zum Schutz der natürlichen Ressourcen und des Klimas verpflichtet. Und das ist für mich keine Frage von Angst und Panik, sondern schlichtweg von Vernunft. Ich zeige Ihnen hier, wir haben das auch ausgeschickt in dem Material, dass Sie haben die aktuelle Bilanzierung der Ziele, die sich der Stadtrat 2013 mit dem Beschluss des guten integrierten Energie- und Klimakonzeptes gesetzt hat. Die Reduktion des CO2-Aufkommens um 10% auf fünf Jahre auf ein Level von 5,8 Tonnen pro Kopf bis 2030 haben auch wir nicht erreicht. Wir bilanzieren in Dresden sehr streng, aber wir befinden uns da durchaus in der Situation vieler anderer deutscher Großstädte. Wir verfehlen dieses Ziel. Wir vermerken in einzelnen Sektoren eine Verschlechterung. Ganz oben dieser bräunliche Balken ist der Wärmesektor, eine gewisse Verbesserung im Energiesektor und eine Stagnation ganz unten grün im Verkehrssektor. Deshalb wollen wir auch stärker im Wärmesektor handeln. Aber nochmal zurück zur überregionalen Situation, was uns im Vergleich zur Prognose des Konzeptes von 2013 im Moment noch auf die Füße fällt, ist, dass bisher der CO2-Zertifikatehandel als Steuerinstrument keine Wirkung entfaltet hat. Und das brauchen wir. Wir müssen die Umsetzung forcieren, kommunal. Wir brauchen aber auch das Handeln von Freistaat Sachsen und vom Bund, wirkungsvolle Klimaschutzziele auf jeder Ebene. Aber wir können in Dresden sehr viel tun, nicht nur persönlich, sondern eben durch unsere Investitionen und ganz besonders durch die Stadtwerke. Wir haben Ihnen mal hier aufgelistet, was unsere Stadtwerke, was die DREWAG alles tut für den Klimaschutz und wie und wo sie schon in erneuerbare Energien investiert. Aber die DREWAG hat als Schlüssel, als Motor für Klimaschutzaktivitäten hier in der Stadt und in der Region auch noch mehr vor, insbesondere die Erstellung, Umsetzung eines Wärmeplanes zu einer versorgerfreundlichen, bezahlbaren und eben auch klimagerechten Wärmeversorgung. Wir wollen das Konzept fortschreiben und wollen mit dem Auftrag dafür auf den neuen Umweltausschuss, den neuen Stadtrat zugehen und mit Ihnen neue, anspruchsvolle Maßnahmen besprechen. Klimaschutz heißt, für die kommenden Generationen denken und mit ihnen denken, nachhaltig investieren, innovativ denken und viele neue regionale Arbeitsplätze schaffen. Wir werden uns sehr anstrengen müssen, aber es lohnt sich. So, damit wäre die aktuelle Stunde beendet.